Oh, da spielt wohl einer ohne sechsten Sinn. Was machen denn unsere Scouts in der Stadt? Also, unsere beiden Scouts haben sich ja nun echt auf dieser Map die bescheuertsten Positionen ausgesucht, die es gibt. Der eine steht da oben und der andere steht da. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Quark? So ein Blödsinn, ey.